hat ja schön dass ihr bei space engineers wieder eingeschaltet habt und wir machen ja ich bin noch überhaupt nicht gut vorbereitet doch hier 3 nehmen hier 1 2 dann wartet mal das machen wir anders dann und und dann genau so ja so gefällt mir das das heißt wir werden jetzt mal wir wollen uns das hier erst mal ab dann nehmen wir die drei hier wieder in die hand und Oh, okay. Nehmen noch mal ein paar in die Hand. Das müsste reichen. So, da lang. Jetzt gucken wir hier mal rein. Und wir sehen, wir sehen, hier geht nix. Aber die sind doch miteinander. Ja, da hätte ich sie drehen müssen. Ich hätte sie drehen müssen. Dann machen wir das anders. Genau, wir machen das so. Hätte auch... Ne, ein Kreuz hätte nicht gereicht. Na, komm schon. Eins. Zwei. So, das T-Stück. Ne, das reicht da auch nicht. Aber... Ne, das Kreuz geht auch nicht. Wir müssen noch mal so eins bauen. Dann brauchen wir... Das hier. Jawohl. Und wir brauchen... Das Runde. Denn das Runde... muss ja da ans eckige... Boah. Okay, das braucht ein bisschen mehr. Okay, und dann machen wir... hier noch einen Deckel drauf. Genau. Okay, und jetzt müssten hier aber... sich alle ziehen. Jawohl. Die ziehen sich... Die ziehen sich... Sehr schön. Auch. Okay, und dann können wir ja mal hier... an einen der Tanks gucken. Ähm... Wo haben die denn ihre... die keine Zugangspunkte? Doch, hier. Dauerstofftank. Jawohl. Der läuft langsam voll. Sehr gut. Hast du einen Zugangspunkt? Äh... Wahrscheinlich unten dran. Okay, also gucken wir mal nach Tanks. Ähm... Tank. Jawohl. Die laufen auch voll. Jawohl. Guck mal. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. So, dann gehen wir noch auf die... Hier. Ähm... Würde gerne sehen. Ist das so rum richtig? Wir probieren es mal kurz. Ja, das kann man so lassen. Okay. Okay. Vier. Drei. 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 Okay, warum ist das gedreht? Das macht ja nun überhaupt keinen Sinn. Ja. So. Jetzt ist natürlich die große Frage. Doch, das passt. Natürlich die große Frage. Obwohl, wartet mal, was machen wir das so. Wir lassen hier mal offen. Wir lassen hier mal offen. Und, äh... Holen uns mal ein bisschen Energie. Und dann können wir ja mal kurz gucken. Die Tanks sind voll. Jawohl. Und der müsste sich auch schon wieder aktualisiert haben. Jawohl. Sehr schön. Okay. Ja, die laufen auch gut voll. Hydrogen natürlich noch nicht. Natürlich wissen wir noch nicht, was wir mit dem Hydrogen machen. Oh, und ich brauche... Ähm... Hm. So, dann ist der hier auch zu. Hier mal schnell noch den Boden zu machen. Damit das funktioniert. Damit das funktioniert. Dann holen wir uns hier noch ein bisschen... Eingemachtes. Eingemachtes. Und dann müssen wir mal gucken, ob unsere Stromerzeugung funktioniert. Und dann müssen wir mal gucken, ob unsere Stromerzeugung funktioniert. Ohm produzieren. Ohm produzieren. okay und da ist schon eine komplette tasche stahlplatten wie er geworden nicht mal die ganze wand hier fertig so hatte ich so leute euch an okay dann schauen wir kurz nach unseren uns die anscheinend laden die batterien gerade voller beleuchtung ja hier würde ich gerne wieder zu machen warum ist da eine kant ach weil da ein block drunter ist ich verstehe weil tatsächlich könnten wir hier drauf natürlich auch noch einen einen solarturm packen die ist leer da noch ein turm könnte ganz nice aussehen leute macht natürlich das problem dass wir immer irgendwo hängen bleiben könnten so halt ich muss erst die tanken bevor ich wieder runter gehen okay dann können wir hier ja wohl den haben wir hier nicht der industrielle sondern der hier bitte okay okay 2 und bei uns hier drüben raus okay okay metallgitter kleines stahlrohr haben wir weiß ich aber sehen wir noch mal hier und kleines stahl war auch noch mal und motoren müssen wir auch in auftrag geben auch noch mal 1000 gucken mal ob das reicht ja wohl so und hier den rest ausziehen ok leute damit passt das hier können hier in der theorie quasi den deckel zu machen ja was machen wir auch da komme ich doch nie wieder ran ich doch nie zugeschweißt da bei und ich hier auch noch dann gehst du hier ein da stadtplatten mal wieder gut die daten und ich hier auch du musst weg hier muss noch ein bisschen was gemacht werden und ich bin hier Ich bin hier und ich hier noch so ja das kriegen wir vielleicht sogar noch fertig das wäre doch was oh mein gott ich hoffe man hört die klimaanlage nicht so sehr aber wir haben es gerade 33 grad maximal bier aus es tut mir leid wenn ihr das die ganze zeit auf den ohren hattet okay dann müssen wir tatsächlich mal dann können wir die rausziehen stahlplatten okay so jetzt wird noch der deckel hier unten da fehlte noch ein blöckchen so wo ist es da ist es okay leute kann man doch kann man doch erstmal hier so anbieten so als nächstes kommt dann hier die wand hin jawohl okay erstmal der deckel hier da müssen wir uns dann noch was einfallen lassen okay okay wieder die panzerung gott sei Dank haben wir gut auch Vorrat gebaut habe ich einfach mal vorhin angeworfen okay und dann machen wir hier mal weiter ja ich glaube das war falsch ich glaube die hätten alle wir hätten alle glaube ich so sein müssen ja gut da gehen wir hier tatsächlich genauso rein und da gehen wir die stahlplatten schon wieder aus leute holen wir doch gleich mal welche nach ja wohl 78 jahre lächerlich ist ja lächerlich ja zu oben ist fertig geschweißt das ist gut dann können wir hier dicht machen war mal wieder das kriegen wir jetzt noch fertig naja obwohl könnte doch sein dass wir es nicht fertig kriegen weil uns die stahlplatten wieder ausgehen das geht nämlich sehr sehr schnell und dann müssen wir kurze schweißpause einlegen langt noch glaube ich es wird genau der eine doch es hat es hat gelangt es hat gelangt okay super so jetzt müssten wir sauerstoff auch hier drin kriegen wir setzen uns mal hier rein jawoll das war falsch ich wollte hier an ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube leute damit verabschieden wir uns aus einer folge ja ich glaube ich glaube das war ein bisschen gutes ergebnis also halt eine sache machen wir noch shift p und dich färben wir wieder ein genau ganz genau so haben wir uns das vorgestellt ja also leute wenn ihr ideen habt wie man das vielleicht besser hinkriegt ja natürlich man könnte die auf die seite legen aber ich finde das tatsächlich das sieht schon ganz cool aus das gefällt mir eigentlich schon ganz gut so ja und auch die unterschiedlichen förderrohre finde ich eigentlich ganz okay ihr könnt mir wie gesagt einfach mal eure tipps und eure meinung einfach in den in den chat schreiben beziehungsweise unten in die kommentare und ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid bis dahin euer sven ciao ciao